Im Endeffekt habe ich mich für BWL entschieden, weil da einfach die Berufschancen besser sind. Hauptsächlich weil mich eigentlich das Thema Gründung selbst sehr interessiert oder auch selbst mehr Unternehmen zu führen. Im ersten Semester direkt waren schon echt coole Erlebnisse dabei, dann immer abends sind ja Partys hier in der Uni oft auch, die waren schon echt cool. Ja, wir waren jetzt zum Beispiel am Montag bei ProSiebenSat1 in Unterführing und haben uns da die Marketingabteilung angeschaut. Tatsächlich, dass man spürt, dass hier doch ein Praxisbezug herrscht. Was auf alle Fälle von Vorteil ist, ist generelles wirtschaftliches Interesse. Grundlegendes mathematisches Verständnis ist nicht schlecht, aber man muss keine Eins in Mathe gehabt haben, um BWL zu studieren. Wir machen sehr viele Exkursionen, wir haben Gastdozenten aus der Praxis. Also das sind jetzt keine hochgestochenen Professoren, sondern mit denen kann man immer reden, wenn man Fragen hat. Südostbayern hat extrem viele Unternehmen, die sehr erfolgreich weltweit sind und die suchen dringend gut qualifizierte Führungskräfte. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Frühst second kaik. Wir machen hier weiter und machencely eure derivative, basiret Führungskräfte zu uns mit amerikanischemärgeln.